Herzlich Willkommen bei Sika. Mein Name ist Nadine und ich darf Ihnen heute ein Highlight unserer Temperaturkalibratoren vorstellen. Sie, unsere Kunden, haben danach gefragt und wir haben geliefert. Bühne frei für den Easy Mode. Mit unseren Temperaturkalibratoren lassen sich wasserdichte und belastbare Kalibrierzertifikate für Ihre Temperaturmessgeräte erstellen. Mit unseren Geräten funktioniert das einfach schnell und präzise. Das schätzen unsere Kunden und darauf sind wir stolz. Die Hauptfunktion unserer Temperaturkalibratoren ist es, am Ende eines Kalibriervorgangs ein vollständiges Kalibrierzertifikat zu erstellen. Aber was ist, wenn ich gar kein Kalibrierzertifikat benötige oder wenn ich per Pen & Paper nach eigener Vorlage manuell kalibriere? Vielleicht möchte ich aber auch einfach experimentieren und herausfinden, welche Temperatur mir mein Thermometer an einem bestimmten Messpunkt anzeigt. Mehr nicht. Bisher war es auch hier notwendig, eine Kalibrieraufgabe zu erstellen und zu starten, Felder ausfüllen und durch die Menüs navigieren. Hier kam vielfach der Kundenwunsch auf, nach einer schnelleren und einfacheren Möglichkeit eine Temperatur einzeln flott anzufahren. Also haben wir uns an die Arbeit gemacht und den Easy Mode entwickelt. Der Easy Mode reduziert den Funktionsumfang unseres Temperaturkalibrators auf das Wesentliche. Das heißt eine Temperatur flott anfahren und diese präzise halten. Er lässt sich ganz einfach per Tastendruck aktivieren und es gibt nur eine Einstellungsmöglichkeit und zwar die Kalibrierfunktion. So, bestätigen. Nun heißt es nur noch eine Temperatur wählen und Start drücken. Das ist alles, was Sie machen müssen. Zwei simple Schritte. Und der Vorteil für Sie als Kunde? Prüfling rein, Temperatur wählen, Start drücken. Dafür braucht es kein geschultes Personal. Angenommen, ich muss mein Thermometer auf seine Genauigkeit bei 50 Grad Celsius überprüfen. Wäre es nicht schön, wenn ich dafür nicht meinen Kalibrierspezialisten einsetzen müsste und ihn somit von anderen wichtigen Aufgaben abhalte? Mit dem Easy Mode kann wirklich jeder Mitarbeiter schnell eingewiesen werden und so ein Prüfszenario durchführen. Das macht den Temperaturkalibrator zu einem noch vielseitigeren Gerät als zuvor. Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten, dann kontaktieren Sie uns doch direkt. Den Link finden Sie unten in der Beschreibung oder Sie schauen auf www.seeker.net. Wir freuen uns auf Sie. Bis zum nächsten Mal.